Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind in unserem Haus und es ist morgen und wir haben uns überlegt für die Folge, also Laura hat sich das eigentlich überlegt, dass wir Essen holen und sammeln, weil wir haben nicht so viel. Ah, du hast mir so ein Steinschwert gemacht. Ich habe auch eine Steinschwert-Hacker gemacht. Wow, wow, sehr nett. Sehr nett, sehr nett, danke. So, ja. Ich lauf dir einfach hinterher. Also, sofern ich hier überhaupt laufen kann. So, diesmal stelle ich auch gleich den Timer von Anfang an. Hi, du bist vorhin in den Baum gelaufen, ich habe es genau gesehen. Stimmt gar nicht. Klar, ich habe alles auf Beweis. Aufnahme, Bild, Foto. Auf Beweis habe ich das, weiß ich. Dead Deutsch Skates. Da hinten ist, äh, genau, ich wollte gerade sagen Brambus, aber das wäre irgendwie falsch. Und ich kann nicht schwimmen. Guck mal, da hast du nicht schwimmen. Wo? Und ein Huhn. Hübsch. Und ein Huhn. Das tönt wieder. Ja, Moment, ich bin nicht so schnell. Toll, immer wenn ich da bin, ist es schon tot. Ei gelegt. Naja. Wo ist denn die... Seele? Ach süß. Guck mich mal an. Wo sind die, dass... Ja, warte. 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 Aua. Da ist noch so ein Kram. Wofür braucht man das eigentlich? Also man kann so später verzaubern, also Bücher machen. Wow. Oh, bist du ein Zauber? Willst du mal meinen Zauberstaff sehen? Oh Gott. Das ist noch mein Hühner. Nein. Chicken. Ich sammel einfach alles ein. Ich krieg's nicht. Also, huch. Oh. Aua. Oh, du hast mich geahnt. Da oben ist ein Huhn und das hat ein Ei gelegt. Das tut mir leid. Es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Hallo. Ey, ich hänge fest, Mann. Es geht. Ah, jetzt. Hinter dir ist das Ei. Da unten ist es. Ja. Ja, ich wollte eigentlich das Huhn haben. Das Ei war mehr so... Ja gut. Ja, so. So. Zweidrangig. Hö. Da ist ein Babyhuhn. Wo? Na, der Kopf ist einfach größer als alles andere. Das können wir nicht... Also, wir können's schon töten, aber... ...s bringt nichts. Ja, es ist auch tot. Ist Eisen! Ich hab's tot gemacht. Soviel zum Thema Essen. Ja. Ja, das klappt schon mal ganz gut. Da unten ist auch Kohle. Ja, passt wegen dem Wasser auch. Scheiße! Jetzt ist hier Wasser. Nein! Dann mach da... Ja, ich... Warte, ein bisschen Steinkloch. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Okay, ich sammel mal die Kohle ein. Ey, sag mal! Was ist denn hier los? Ja, ich glaube, ich hab ein bisschen Kohle. Ich hab ein bisschen... Ja, ein bisschen... Ja, das ist alles zu dir gesprungen. Ja. Wo sind wir gekommen? Okay, gut. Äh, wo... Was? Von wo wir gekommen sind? Von wo wem? Von da, oder? Von da hinten. Von da. Da ist ne Kuh. Glaube ich. Ja. Ja, irgendwo von da hinten. Siehst voll komisch aus, wie du im Wasser läufst. Okay. Ähm, ich glaube hier... Uh, hier irgendwo waren wir. Also von hier sind wir irgendwo gekommen. Ähm. Ich hab noch ein Wuhn. Wo bist du? Ach, da drüben. Ich würde gerne hier rufen. Ja. Oh, hast so ein Blümchen geflückt. Kannst du mal... Das Huhn tüten, ja, hab ich. Die Blumen. Was mit den Blumen? Ich hab die in dich geworfen, damit du sie nimmst. Achso. Ja, ich will sie. Ich hab unsere zu Hause gefunden. Was? Was? Von da gekommen. Okay. Wo gehen wir hin? Hier hin. Ja, Essen sammeln. Gehen einfach über den Berg. Das müsste reichen. Werken. Okay. Bergsteiger. Oh. Da oben sind Kühe. Ja, ich seh' ich... Ja, ich seh' ich... Das ist ne Höhle. Ja. Ja, die seh' ich auch. Seh' sie auch. Okay. Also. Ich... ...komm nicht weiter hoch. Die Ecke springen. Die Ecke springen. Ey, sag mal. Was ist das denn jetzt hier? Das dauert ein bisschen länger, ehe ich oben bin. Ist ja egal, ne? So. Ich glaub, man hört auch voll meine... Meine Tastatur. Wenn ich die so ein bisschen... ...vergewaltige. Was? Nele vergewaltigt? Ja, meine Tastatur. Da oben ist Kohle! Ich seh's! Kohle, Kohle, Kohle! Diese Folge sammeln wir Essen. Oh mein Gott, da ist Kohle! Oh mein Gott, da ist Eisen! Ja, ich seh's. Ey, wir sind so gut einfach. Das ist eh hier allerhöchstes Niveau. Ja. Auch noch ne Kuh. Schub sie mal runter. Oha! Das war bestimmt Karma, weil ich gesagt hab, du sollst die Kuh runterschubsen. Und ich hab's die Kuh und die Kuh. Jetzt noch mehr Kohle. Ja. Scheiße, ich glaub, die rutscht hier mal runter. Ey, die... ...deine Kuh ist da unten. Ich stehe im Wasserfall. Was? Wo getötet? Hier ist Eisen! Hier ist ne Höhle! Scheiße! Hier sind die Skelette! Hähne! Hähne! Wo bist du? Wo bist du? Ich seh... Hier unten! Was für... Oh, da unten! Ich find dich nicht! Wo bist du denn? Ah, hier unten drin! Scheiße! Ich seh gar nichts! Wie weit bist du da reingelaufen? Hä? Ich bin in einer anderen Höhle! Hier ist noch eine! Scheiße! Ja. Ach, da oben bist du! Ich seh dich! Weil hier... Hier ist auch Dings, ähm... Wer ist denn das? Äh, Kohle. Ja, komm mal raus! Oh, scheiße! Warte, lass mich mal... Oh nein, das wollte ich nicht! Es tut mir leid, ich wollte... Das wollte ich nicht. Hä? Hä? Hast du was gemacht? Ja, nein! Da oben war irgendwas. Hä, was ist mir auch gemacht? Bauen wir doch einfach hier ein Block. Wie bin ich hier hergekommen? Dann springen wir einfach raus. Ja, das wollte ich ja, aber irgendwie ging das gerade eben nicht, weil ich hab nichts mehr gesehen. Ich muss mal Fackeln machen, glaube ich. Scheiße. Also... Okay. Nicht, dass du Fackeln hast, sondern... Uh! Ach, so hell hier. Ist hier der Block! Komm hier raus, Nele! Äh, da waren zwei Skelette. Ja? Ja! Ich würd so gern, aber... Es geht einfach nicht. Es geht nicht! Du musst da noch ein Block insetzen. Es geht einfach nicht. Ja, jetzt kommst du hier mit rein. Scheiße, ist es dunkel? Ach, hier unten! Ja, da sind zwei Skelette. Hör mal, da... Geh'n wir! Oh! Ja, ich seh's. Ich hab Angst, mich zu treffen. Oh Gott. Oh Gott! Ich hab's tot... Ich hab's tot gemacht, das eine. Na, und wo ist das andere? Ich geh'n nicht. Irgendwo. Ach, da hinten! Da... Bist du blöd? Oh! Ist es tot? Nee. Ha! Ich hab's... Gut. Ja, gut. Ich würd hier gern raus, danke. Oh, hier ist es voll viel. Ey, guck mal, da hinten ist der Ausgang von der anderen Höhle. Oh, wir sind voll... Voll gut. Also, ich guck mir hier alles so ein bisschen an und du machst, du bist mein Sklaven. Du hast voll den Pfeil im Rücken. Ich wurde ganz... äh... getroffen. Oh. Ja, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Hier ist auch noch ein Ausgang. Aber da geh' ich nicht raus. Ey, wir werden uns so stark verlaufen, ne? Ja, wir sind nicht... Äh... Hallo, wir sind voll gut, als ob wir uns so ganz verlaufen haben. Ihr ja nicht. Ja? Nein. Ey, was denkst du? Hier war grad eben auch... Ach, nee, es sind Pflegermäuse. Kannst du auch töten. Ich hab... Ich hab... Ich hab'n Zombie gehört. Ich seh' die nicht mal. Ich hab... Ich hab... Ich hab'... Ich hab'... Ich hab' das Geld, oder was? Frauen so gefällt? Nein, das sagst du... Ja, genau. Ich glaube, hier ist irgendwas. Ich hab' gesagt, ich höre'n Zombie, oh Gott, wo ist das, 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 wo ist das? Ich seh' ihn. Komm, hierher, da hinten. Ah, da ist'n Zombie! Da ist' er. Komm, wir töten? Nein, ich... Ich töte ihn. Okay. Wow. Ich... Oha, übelskrösser Bosskampf und sowas mach' ich so. So mit, äh, Caps Lock. Eigentlich könntest du die Folge auch die Hühnertöter nennen. Die Kuhschuster, die erste Folge. Ja, mal sehen. Ich muss mir das eh noch mal alles angucken und dann... Ertränke im Wasser. Ertränke? So. Du ertränkst Wasser. Du ertränkst Wasser! Ja. Okay, gut. Ja, würde ich auch so sagen. Mach' ich auch immer. In meiner Freizeit. Das ist mein größtes Haupt, Wasser ertränken. Kennt doch jeder. Ja, das macht jeder. Oh Gott. Jeder macht das, ne? Jeder! Ja, jeder. Hier ist noch Kohle warm, hab' ich... Achso, wegen dem Zock. Hab' ich das grad' nicht weggemacht. Hier ist auch noch Ei... Ähm, kommst du mal her mit... Mit Fackeln? Ich glaube, hier ist nämlich auch Eisen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich kann das nicht so erkennen, weil es ist ein bisschen zu dunkel. Oh, ist es Nacht, ja? Ja. Oh ja. Ja, sonst wären ja keine Zombies hier. Ja, in Höhlen sind trotzdem Zombies. Oh, achso. Ja, stimmt, ich bin ja ein Noob. Ich weiß ja nicht. Oh, danke. Sehr nett. Wer Eisen hast du im Inventar? Ähm... Äh... Eisenerz einmal... Da war nur ein Block Eisenerz. Nee, den anderen hast du nicht eingesammelt. Da lag' ich noch was. Oh. Oh. Oh, ja gut. Hab' ich nicht gesehen, sorry. Gamerin Lele am Start. Hey, hallo, Krass, Sascha. Was? Diaspahn. Ja, ja. Hallo, ich steh' mal nicht in mir. Äh, ich seh' nichts. Gut. Da ist auch nichts mehr. So ne Taschenlampe fänd' ich irgendwie nice. Also, es war jetzt so'n random Gedanke irgendwie. Äh, ich hab' 57 Kohle. 23. Gut, das ist ja schon mal... Naja, wir haben hier schon mal ganz gut Essen gesammelt, fänd' ich. Doch, es ist Nacht. Nein, ich hab' nicht gehört, was geht's. Nein, ich hab' nicht gehört, was geht's. Creeper. Nein, wir sterben nicht. Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Achso, dann hab' ich grad' an dir vorbeigelaufen. Ich hab' grad' gesneakt. Vielleicht siehst du meinen Namen jetzt. Hä, ich seh' grad' gar nix mehr, aber ich... ...wenn' mir voll gegen die Wand gelaufen bin. Ach, da. Hallo! Was ist hinter dir? Da. Hä, ach, da. Lass' mal hochgucken. Wo ist sie denn? Sieht wahrscheinlich aus wie so'n Penner, so... Guck dir so rum. Es ist immer noch Nacht. Oh Gott, ey. Ich guck mal. Das ist ein Creeper. Komm rein, komm hier rein, komm hier rein. Ich glaube, der hat sich gesehen. Nein, hat er nicht. Und wenn, wir sind hier bestimmt voll sicher in der Hölle. Okay, hier bei dem Ausgang ist nichts. Also ich sehe zumindest nichts. Danke. Ich habe ein Skelett. Oh Gott, das ist ein Skelett. Ja, hab ich. Ich sehe nichts. Das ist noch eins. Alter, das ist voll die Actionfolge. Yeah, krass. Ja, wir gehen in Essen fahren. Guck mal, ich sehe unser Haus. Ich sehe unser Haus. Oh, wie hübsch. Warte, ich muss erst einen Screenshot machen. Oh. Geht's dir gut? Ist du tot? Ich glaube, du stehst und ich frage, ob du tot bist. Das ist eine Spinne. Ja, und hier ist eine Kuh. Und sie greift mich an. Und jetzt ist sie tot. Kann ich mal rennen. Hast du noch Essen? So gebranntes Essen? Ja. Lauf hinter dir ist ein Zombie. Müssen du. Ja doch, Junge. Nee, ist er nicht. Kill him. Kill him. Ach da. Äh, warte, ich schmeiß dir mal ein bisschen Essen zu. Ja, aua. Schmeiß dich damit ab. Gott. Nein, warte, ich schmeiß dich gleich mit dem Essen ab. Erst rette ich dich von den Zombie. So romantisch. Hier, iss. Danke. Oh, da ist noch einer. Er geht einfach an mir vorbei. Hör mal, hallo. Kannst du mich vielleicht mal... ...sehen und... ...dich mit mir beschäftigen? Aber wenn ich an jemanden vorbeilaufe, den ich mag. Da ist ein Creeper. Oh, er ist gerade weggespawnt irgendwie. Das ist eine Spinne. Ja. Ja, ich sehe sie. Da ist ein Zombie. Alter, es ist so krass hier. Boah, es ist so Action. Ich bin hier voll in so... ...voll geladen gerade. Ach, einfach toll. So. Wir wollten Essen sammeln. Ja, hier sind Schäbchen. Ja, kann man die auch essen? Ja. Kann man hier irgendwie grundsätzlich alles essen? Bäume kannst du nicht essen. Oh, ich hab Wonde. Ja, aber gut. Ich kann sie aber streicheln. Aua! Wo bist du? Hier ist ein Enderman. Das ist ein Enderman. Das ist ein Enderman. Scheiß, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Sammel mal alles ein, was ich hab. Ich hab dir den Enderman gerade. Was ich hatte. Ich hab dich... Ja. Ah, ich komm mal zurück. Ich muss mal... Scheiße, nein. Ich geh nicht zurück. Weil ich hab ja gar nichts mehr. Ich sammel das gleich wieder ein. Ich geh erstmal wieder in unsere Bude. Hi. Ja, das... Also, das war jetzt so krass. Ah. Ich geh... Hä? Wieso bin ich wieder im Haus? Ich bin einfach... Nee, nee, nee. Ich hab dich rein... Was denn? Das macht und ich dachte, ich wär schon draußen und lauf so los und noch die ganze Zeit gegen die Tür. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Warum sagen sie noch da? Das... Ja, ich hoffe auch. Weil das war voll viel Essen und Kohle. Die ganze Kohle, nein! Die Kohle! Das Eisen. Er hatte kaum Eisen. Das braucht doch keiner. Okay, doch braucht man. Eigentlich gar keinen. Scheiße, ey. Jetzt muss ich hier mit bloßer Faust die Kacke wegschlagen. Nein! Wir müssen gleich sogar schon wieder die Folge beenden. Oh, warte, warte, warte. So, wo war'n das hier? Ah, hier. Ja. Ah, hier liegt irgendwas. Ah, das war jetzt nichts von uns. Hier ist ein Creeper explodiert. Ach, da war das. Ja, wo der Creeper explodiert ist. Da bist du gestorben. Da bist du gestorben? Ich weiß nicht mehr. Nee, wir sind weiter hinten gestorben. Ah, da. Hier irgendwo. Oh ja, hier liegt der ganze Land. Sieht voll schön aus. Ich sammel einfach mal alles ein, was geht. Ich bin hier. Sieht bestimmt toll aus, wie ich das mache. So. So. Ja, aber ich glaube, du hast alles. Ähm, ja, das kann sein. Guck mal da. Ähm, das hier. Also ich, das reicht erstmal. Ich bringe erstmal alles nach Hause, oder? Warum habe ich dieses komische Zeigart? Ja, also ich bringe erstmal alles nach Hause. Ich finde, das hat gut geklappt in der heutigen Folge mit, ähm, Essen sammeln. Aber trete nicht weiter rein. Oh, ich. Ich sag's doch noch, weil ehrlich. Gut, ähm. Ja, dann nächste Folge, denke ich, sammeln wir wirklich Essen. Eventuell schaffen wir das. Ohne zu stecken. Oh, hier liegt noch Knochen. Sammle ich ein. Ähm, ich bringe alles nach Hause. Und. Ja, dann los. Vibe. Lauf. Ja, ich hab neue High Heels an, da geht das nicht so schnell. Gott. Erst einlaufen. Ähm. Ja. Ja, okay. So. Ähm. Dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wir bringen jetzt alles nach Hause. Und dann in der nächsten Folge sammeln wir vielleicht noch ein bisschen Essen oder so. Also, also, man weiß es noch nicht, vielleicht klappt das. Vielleicht klappt das auch nicht. Ähm, ich find, diese Folge hat das ja geklappt, so. Gab auch keine Zwischenfälle. Bist du jetzt endlich mal da? Ach, Mensch. Ey, immer diese Frauen. Also. Ja, ich lass mir halt gerne Zeit. Gut. Ja. Ah. Dann beende ich jetzt hier einfach die Folge. Ohne dich. Okay. Ich mach auch die Tür zu. Ah. Guckt sie euch an, ey. Wie sie lang kriecht. Gut. Ah, ich... Dann nicht. Komm jetzt her. Komm, los, komm ins Haus. Alter, was machst du da? Das Wasser mag ich nicht. Kann da nix für, ja. So. Ha. Scheiße. Okay, gut. Dann war's das mit der Folge und, ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ich mach's. Tschüss.